Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Freitag, dem 9. Dezember 2022. Du hörst die Geek Talk Daily 1285, heute mit den folgenden Themen Google TV, Waze, WeChat, Paramouth Plus, Kinderschutz Ende zu Ende und USB-C. Somit ist es mit dem Ende noch nicht ganz zu Ende. Es beginnt erst recht. Genau, Google TV hat ausgerollt. Google TV, um euch nicht direkt zu verwirren, hat nichts mit dem Chromecast-Stick zu tun oder dem Fernseher von Google, sondern mit der App Google TV, die früher mal Google Filme und noch vor, glaube ich, Google TV hiess, bevor sie mal Google irgendwas hiess. Und ihr wisst ja, Google Meister der Namensveränderungen und Dienste abschiessen. Nein, sie haben nicht den Dienst abgeschossen. Die App hat nur jetzt endlich auch dieses Material-U-Design bekommen. Das, was eigentlich unter Android zum Beispiel oder bei anderen Google-Diensten schon seit Jahren drin ist und dran ist und wie es alles optisch auszuschauen hat. Mir gefällt es grundsätzlich und deshalb freue ich mich, wenn auch dieses vielleicht mal Google TV für Chromecast ein Update in dem Bereich bekommen würde, wo das dann auch ausschauen würde, wie auf meinen Tablets, auf meinem iPhone, auf meinem Android-Phone und auch auf den diversen Android-Tablets, wo ich eben dann diese App nutzen kann. Ich würde mich freuen, wenn das kommt, bevor Google das TV-Dings abschiesst. Oh, jetzt melde sich noch der Google Assistant hier vom Telefon. Genau, so geht's. Google legt generell zusammen, nicht generell, sondern gezielt, nämlich Waze und Maps. Etwas, was sie immer gesagt haben, das seien zwei unterschiedliche Companies und das soll auch so bleiben. Waze als Community-Karten-App und Google Maps mit seinen Unterdiensten wie Google Earth und wie heisst das andere noch? Hat sie nicht schon den Namen wieder geändert? Nein, Scherz am Rande. Einfach die beiden kommen jetzt zusammen. Die Mitarbeiter werden zusammengelegt. Der CEO, der aktuelle Nena Barik. Mein Gott, ich sollte nicht immer Namen aussprechen, die ich nicht aussprechen kann. Street View, genau das war es. Auf jeden Fall, der CEO von Waze wird nicht mehr CEO von Waze sein, weil eben alles zusammengeführt wird. Schlussendlich macht es Google besser als andere. Sie können es sich auch leisten. Man muss das Ganze ja vorantreiben. Man möchte natürlich auch nicht die Mitarbeiter an irgendwelche Mitbewerber verlieren und deshalb sollen alle Mitarbeiter irgendwo dann in dem neuen Konstrukt unterkommen, aber es soll im grossen und ganzen Geld sparen. Weiter geht es mit WeChat als Vorbild zumindest. Microsoft nimmt sich nämlich solches bei eben WeChat und ähnlichen Diensten, die es so da draussen gibt, bei sogenannten Super-Apps. Man kennt sie vor allem aus China. WeChat, also das ganz grosse, darin kann man suchen, damit kann man shoppen, damit kann man bezahlen, damit kann man Taxis bestellen, Hotel buchen etc. Und das möchte der CEO von Microsoft, Satya Nandela, jetzt auch tun, eben für sich. Weil es ja mit diesem Windows Mobile Phone nicht geklappt hat, die Weltherrschaft zu übernehmen und einfach Apple und Google in dem Bereich mit Android viel zu stark sind, möchte man wenigstens in dem Bereich was tun. Hat man nicht schon Gerüchte gehört, dass Twitter das auch werden soll mit Elon Musk und seiner Geschichte? Und auch noch viele andere Companies streben aktuell dieses Super-App-Dingens an. Ich bin mal gespannt, ob man oder ob es irgendeine dieser Firmen noch schaffen wird, bevor man dann die ganzen einzelnen Säulen zerschlagen wird und untereinander kompatibel machen wird. Weil dann ist die Super-App per se wiederum dahin gegangen. Es gibt einen neuen Streaming-Dienst. Ja, darauf habt ihr alle gewartet. Neben Netflix, neben, ach was haben wir da noch, Disney+, Sky und so weiter und so fort. Kommt jetzt, also endlich, kommt jetzt Paramount Plus nach Deutschland, nach Österreich und auch in die Schweiz. Was heisst das für euch? Ja, es kommen diverse Geschichten wie Showtime, Comedy Central, MTV, Nickelodeon und in Serien respektive in Filmen heisst das, die Addams Family, Pulp Fiction und so weiter und so fort zu euch. Was kostet das für euch? Die Schweizer Preise habe ich mir nicht rausgesucht, weil ich einfach Streaming-müde bin, irgendwie. Aber in Euro bedeutet das 7,99 pro Monat und im Jahr 79,99. Ist es günstiger oder teurer als andere Angebote? Ich weiss es nicht. Wie gesagt, ich bin irgendwie Streaming-müde, aber extrem lernbegierig, lernwillig. Ich lerne aktuell sehr viel, sei es aus Tutorials, sei es über Lern-Plattformen etc. Ich will einfach mein Hirn mit sinnvollen Dingen befüllen und nicht mit so belanglosen. Aber auch die Zeit kommt wieder, wo ich mir Streaming-Dienste reinpfeife ohne Ende. Ist ja nicht so, dass nebenbei gerade irgendeine Serie hier läuft auf. Aber lassen wir das Thema. Genau, gezielt. Ikea hat die neue Symphonisk Standleuchte vorgestellt. Ähnlich wie man es schon kennt vom Lampenschirm mit Sonos integriert, kommt die jetzt auf Ständer. Die bekommt drei lange Beine und einen Bambuskorb rundherum. Gefällt mir sehr, sehr gut. Möchte ich mir in die Stube stellen. Und zwar möglichst bald. Ich hoffe, das Teil kommt auch nächstens bei uns in der Schweiz an. Und ich möchte dann einen genaueren Blick draufsetzen. Mal schauen, was sich da so ergibt. Respektive, was die Zeit ergibt, wenn das Teil dann endlich da ist. Was mich sehr wundert, ist die Fernbedienung, die man auf dem eigenen Bild sieht. Die schaut deutlich grösser aus als bekanntes. Ich bin mal gespannt, ob es da auch eine neue Fernbedienung dazu gibt. Weiter geht es mit Apple und zwar mit der CSAM-Scan-Geschichte. Mögt ihr euch noch erinnern, als es damals darum ging, dass man nicht irgendwas mit Bildern von Kindern, die nicht ganz ins Internet gehören, ging, welche auf dem iPhone hätten gescannt werden sollen. Und dann die Polizei klingelt. Ihr wisst ja, es gab großen Aufschrei, weil ja eben eigentlich die ganzen Dienste ja sicher und secure und so weiter sind. Das Projekt hat Apple jetzt endlich komplett auf Eis gelegt und hat der lieben FBI und anderen solchen lustigen Vereinen gesagt, ihr könnt mich mal, denn wir führen für ganz viele Dienste zusätzliche End-zu-End-Verschlüsselungen an. Dazu gehören Geräte-Backups, endlich die Nachrichten-Backups, endlich iCloud-Drive, Notizen, Fotos, Erinnerungen, Lesezeichen, Sprachmemos, Kurzbefehle und Wallet-Einträge. All das wird nächstens mit dem kommenden Update auf iOS, was ist es, 16.2, irgendwas komplett verschlüsselt, sofern man das dann natürlich möchte, weil, komme ich gleich darauf, und da freue ich mich schon sehr drauf. Das Erste, was aber ist, ist, es kommt nur in den USA. Auf Anfang des kommenden Jahres kommt es dann weltweit ausgerollt und da freut sich der Martin schon mehr drauf. Weshalb kann man das auch schwierig oder, ja, schwieriger sich vorstellen? Es ist natürlich so, wenn Apple den Schlüssel abgibt an dich als Person, dann bist natürlich auch du für deine Daten verantwortlich. Das Gleiche, wenn man Bitcoin meint und das nicht in einem öffentlichen Wallet hat, sondern auf einem Hardware oder irgendeiner, auf einer dedizierten Lösung, dann ist der Schlüssel weg, sind auch die Daten weg. Oder man kommt zumindest nicht mehr rein, wenn man die nicht mehr hat. Und das ist wie beim Haus, man kommt da auch nicht mehr rein. Ein kleiner Tipp an der Stelle, legt euch ein Tresor zu und verschlüsselt diese Dinge auch gut und bewahrt es gut auf. Und ihr könnt ja immer noch einen Notfallkontakt hinzufügen. Beides wird euch übrigens Apple auch anbieten, wenn ihr das Ganze dann aktiviert. Und damit finde ich das gar nicht mal so schlimm, denn ich finde es viel besser, wenn alles komplett verschlüsselt ist, weil da gehört einfach niemand anders rein. So, genug der Geschichte. Zu guter Letzt noch, es gibt es endlich oder endlich. Es gibt es auf jeden Fall das Datum. USB-C-Pflicht ist ab dem 28. Dezember 2024. Jetzt wissen wir es. Also, an all die Hersteller, die noch ein Gerät ohne USB-C verkaufen möchten, bis um mit 27. könnt ihr noch damit anfangen. Also, im 24 dann, irgendwann mal. Ja, Zeit, Zeit, Zeit. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören, euch einen schönen und erfolgreichen Start und wenn ihr mögt, gerne bald wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.